Ein Monorail töscht eine Spellwahl an dem Findel. Kann die Idee, ob Privatinitiativen hier weggehen? Per vom Projekt sind natürlich hier Argumente. Man hat daher wie die geplankten Zuglinnen umweltfreundlich flexibel sicher. Aber wie reagieren die responsablen Politiker mit für den zuständigen Minister? Das Projekt, so weit ich kann gucken, entspricht sicherlich aber nicht den Prioritäten, in dem wir momentan an der Mobilitätspolitik haben. Ihr wisst, dass man an der Mobilitätspolitik muss hauptsächlich Priorität haben für die Leute, hauptsächlich Frontalieren, so schnell wie möglich, anstatt Lützeburg zu kriegen, und alles auch zurückzukriegen. Und dafür müssen wir den Ausbau von diesen Strecken prioritär machen. Also nicht nur den Ausbau von der Betten, sondern hauptsächlich den Ausbau von der Betten. In der neuen Linie erscheint Lützeburg, ob Zug-, Monorei- oder Sosen-Transportmittel als dem noch keine Priorität mehr. Eine Klaue raus, die wohl an der Minnetmetropole nicht sogar gehört wird, weil das, was ja meistens schon gerade die Idee begrüßt, hier steht direkt mit der Hauptstadt zu verbannen. Ich fand a priori mal ganz interessant, dass es aus Reis nach Leuten gibt, die meinen, dass die zukünftige Universitätsstadt eine bessere Konnexion muss kriegen, mit strategischen Plätzen am Land, auf jeden Fall mit der Hauptstadt, am Finde. Was Technik oder das Finanzement überlegt, fehlt der erste Boyermäster schnell und Detailer. Päp vom Projekt Hund, was Finanzement überlegt, übrigens von Private-Public-Partnership geschwärt. Präsidentin von ProSüd lebt, gerade wie der Boyermäster von Monarch, grossen Wert darauf, dass dieses Projekt keine Konkurrenz zum Projekt Tram-Süd zwischen Peiting und Diedeling gehen darf. Wenn die Städte und die bestehenden Eisenbahnlinien, Peiting, Lützebüch, Betubus, Lützebüch, das investiert, wenn die Feuerwehr zu investieren, dass dann Kapazitäten für den Transport vom Süden an die Städte zu garantieren bis 2030 oder so, dass das durchgeht. Da stellt sich die Frage, ob wir überhaupt zu diesem Zeitpunkt ein zusätzliches Linn an die Städte brauchen, oder ob man nicht soll, das wird im anderen Schagumenge gesagt, das ganze Projekt vom Tram-Süden, wo man ja auch Zentren aus dem Süden, man nicht verbunden hat und nicht unbedingt direkt eine Verbindung an die Städte sicherlich in 2014. Die Verkehrschefin von der Städte Lützebüch als ganz skeptisch, was der Projekt Monarch überlegt. Ich habe davon nicht ganz viel, weil ich der Meinung bin, dass das nicht dem entspricht, was wir brauchen. Heute Lützebüch wird das Verkehrsproblem an der Griff zu kriegen, aber selbst wenn es eine starre Verbindung als vom Süden-Rubanen-Zentrum, die nicht alle guten Karten errichtet, nicht alle guten Zentren errichtet, wo wir gerne hätten, das ist man nicht verbunden. Ich finde, dass das effekast funktioniert. Eine Kontroversdiskussion, das Speichelbild von dem wird auch der ganzen Tag über die Internetseite von RTL der Fall vor. Und es ist remarquable, dass über 100 Leute sich Zeit geholfen, für ob das Sujet zu reagieren an einem nicht-repräsentativen Voting und dem bis sechs Wochen auf über 700 Leute teilgeholfen, schält sich eine Majorität für das Projekt Monarch heraus.